Der ABP Verlag präsentiert Ayn Rand, Hymne, gelesen von Uwe Thoma. Viel Spaß beim Zuhören. Vorwort der Autorin Diese Geschichte habe ich 1937 geschrieben. Ich habe sie für diese Auflage überarbeitet, die Überarbeitung aber auf den Stil beschränkt. Ich habe einige Abschnitte neu formuliert und gekürzt. Keine Idee oder Begebenheit wurde heraus oder hinzugenommen. Das Thema, der Inhalt und die Struktur sind unberührt. Die Geschichte bleibt, wie sie war. Ihr Gesicht ist neu, nicht aber ihr Rückgrat oder ihr Geist. Diese brauchten kein Lifting. Einige, die die Geschichte in ihrer Urfassung lasen, sagten mir, dass sie unfair den Idealen des Kollektivismus gegenüber sei. Dies sei nicht, was Kollektivismus predige oder beabsichtige. Kollektivisten meinten oder befürworteten solche Dinge nicht. Niemand befürwortete sie. Ich möchte nur aufzeigen, dass die Parole Produktion für den Verbrauch und nicht für den Profit heute von den meisten als Allgemeinplatz akzeptiert wird, als Allgemeinplatz, der ein legitimes, wünschenswertes Ziel ausdrückt. Falls irgendeine verständliche Bedeutung in dieser Parole steckt, dann nur die Idee, dass das Ziel der Arbeit eines Menschen die Bedürftigkeit anderer ist, nicht die eigene Bedürftigkeit, der eigene Wunsch oder der eigene Gewinn. Zwangsarbeit wird heute in jedem Land der Welt praktiziert oder befürwortet. Worauf basiert sie, wenn nicht auf der Idee, dass der Staat am besten qualifiziert sei, zu entscheiden, wo ein Mensch für andere nützlich sein könne? Dass dieser Nutzen der einzige Gesichtspunkt sei und seine eigenen Ziele, seine eigenen Wünsche und sein Glück als unwichtig ignoriert werden können? Wir haben Räte für Beschäftigung, Räte für Eugenik, alle möglichen Räte, einschließlich eines Weltrates. Und wenn diese noch keine absolute Macht über uns haben, liegt das an mangelnden Absichten? Gemeinwohl, gesellschaftliche Ziele und gesellschaftliche Zwecke sind mittlerweile tagtägliche Plattitüden in unserer Sprache. Die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Rechtfertigung aller Aktivitäten ist heute selbstverständlich. Es gibt keinen noch so ungeheuerlichen Vorschlag, für den dessen Urheber nicht eine respektvolle Anhörung und Billigung bekommt, wenn er behauptet, dass er irgendwie dem Allgemeinwohl diene. Einige, nicht jedoch ich, mögen denken, dass es vor neun Jahren eine Entschuldigung dafür gab, nicht zu sehen, in welche Richtung die Welt gegangen ist. Heute ist der Beweis so offenkundig, dass niemand mehr eine Entschuldigung beanspruchen kann. Die größte Schuld liegt heute bei denen, die den Kollektivismus durch moralische Unterlassung annehmen. Bei denen, die Schutz suchen vor der Notwendigkeit, für etwas einzustehen, indem sie sich weigern, sich selbst einzugestehen, was sie akzeptieren. Bei denen, die Pläne unterstützen, die nur dafür entworfen wurden, Knechtschaft einzuführen, sich aber hinter der leeren Behauptung verstecken, dass sie die Freiheit lieben, ohne diesem Wort eine konkrete Bedeutung zu verleihen. Bei denen, die glauben, dass der Inhalt von Ideen nicht untersucht werden müsse, dass Prinzipien nicht definiert werden müssten und dass Tatsachen ausgelöscht werden können, wenn man seine Augen geschlossen hält. Wenn sie sich dann in einer Welt aus Ruinen und Konzentrationslagern wiederfinden, erwarten sie, ihrer moralischen Verantwortung zu entkommen, indem sie jammern, aber das wollte ich nicht. Jene, die Sklaverei wollen, sollten den Anstand besitzen, sie beim Namen zu nennen. Sie müssen der vollen Bedeutung dessen ins Auge sehen, was sie befürworten oder dulden. Die volle, exakte, spezifische Bedeutung des Kollektivismus, seine logischen Implikationen, die Prinzipien, auf denen er basiert und die letzten Konsequenzen, zu denen diese Prinzipien führen. Dem müssen sie ins Auge sehen und dann entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Ayn Rand, April 1946 Kapitel 1 Es ist eine Sünde, dies zu schreiben. Es ist Sünde, Worte zu denken, die niemand anderes denkt, und sie zu Papier zu bringen, wo niemand anderes sie sieht. Es ist schlecht und böse. Es ist, als sprechen wir zu keinen anderen Ohren als unseren eigenen. Und wir wissen, dass es kein schlimmeres Vergehen gibt, als allein zu handeln oder zu denken. Wir haben die Gesetze gebrochen. Die Gesetze sagen, dass die Menschen nicht schreiben dürfen, außer wenn der Rat der Berufe es gebietet. Möge uns vergeben werden. Jedoch ist dies nicht die einzige Sünde, die auf uns lastet. Wir haben ein größeres Verbrechen begangen und für dieses Verbrechen gibt es keinen Namen. Welche Strafe uns erwartet, wenn wir entdeckt werden, wissen wir nicht. Denn seit Menschengedenken ist kein solches Verbrechen vorgekommen und es gibt keine Gesetze dafür. Es ist dunkel hier. Die Flamme der Kerze steht still in der Luft. Nichts regt sich in diesem Tunnel außer unserer Hand auf dem Papier. Wir sind allein hier unter der Erde. Allein. Ein schlimmes Wort. Die Gesetze sagen, dass kein Mensch allein sein darf. Niemals und zu keiner Zeit. Denn dies ist das große Vergehen und die Wurzel allen Übels. Doch wir haben viele Gesetze gebrochen. Und nun ist hier nichts außer unserem einen Körper. Und es ist seltsam. Nur zwei Beine. Nur zwei Beine.